Hallo, neues Thema, lineare Gleichungssysteme. Da steckt viel dahinter, was ihr schon kennt. Es ist nur eine Verknüpfung quasi von Altbekannten. Schauen wir es uns aber direkt an. Das hier zum Beispiel ist eine lineare Gleichung, das kennt ihr. Nach y schon aufgelöst, also in der Form, wo wir sie auch kennen, so dass wir vor dem x die Steigung m ablesen können. Und das, was hinten steht, nämlich das minus 4 als Achsenabschnitt t. Das ist eine lineare Gleichung. Nun, das erkennt man daran, dass das x in der ersten Potenz da ist. Also quasi x hoch 1. Nur man spart sich das natürlich, weil man x hoch 1 nicht schreibt. Man schreibt dann einfach x. x Quadrat zum Beispiel wäre keine lineare Funktion oder keine lineare Gleichung. Also hier x hoch 1, deswegen eine lineare Gleichung. Wenn ich jetzt von einem linearen Gleichungssystem spreche, dann nehme ich eine zweite Gleichung dazu. Zum Beispiel, man könnte auch dritte oder vierte dazu nehmen, aber wir lernen es nur kennen mit zwei Gleichungen. Diese zwei Gleichungen werden jetzt quasi zusammengefasst. Man spricht dann meistens immer von der ersten und von der zweiten Gleichung. Und man schreibt Römisch 1 und Römisch 2 hin, damit man es nicht durcheinander bringt, weil man mit denen meistens dann auch mathematische Umformungen machen muss. Schreibt man einfach davor, das ist die erste und das ist die zweite. Hätte ich jetzt auch vertauschen können. Einfach dem quasi bloß einen Namen geben, damit man weiß, wann ist die erste und wann ist die zweite gemeint. So, und diese beiden linearen Gleichungen, die sollen jetzt gleichzeitig gelten. Das ist mit diesem Unzeichen hier oben gemeint. Das heißt so viel, beide müssen gleichzeitig erfüllt sein. Was bedeutet das? Das werde ich euch jetzt kurz hier zeigen. Und zwar habe ich hier zwei lineare Gleichungen eingezeichnet. Ich nehme jetzt, passe jetzt mal das Ganze so an, dass es genau zu dem passt, was ich habe. Also ich steige meine Steigung auf 1,5, wie bei dieser Gleichung her. Und ich nehme meinen Achsenabschnitt auf minus 4. So, dann verende ich hier die Steigung auf minus 1, falsche Richtung. Und den Achsenabschnitt auf minus 1. Das sind jetzt quasi meine zwei Gleichungen. Jetzt sehen wir gleich hier, entstehen zwei Geraden. Die rote ist die da drüben und die grüne haben wir hier. Das heißt, das sind jetzt beide grafisch veranschaulicht. Wenn jetzt beide gleichzeitig gelten müssen, ist eigentlich ziemlich schnell klar, was daraus entsteht. Ich zeige euch nochmal. Das ist das Gleichungssystem, was wir haben. Das gilt hier. Das wird auch hier herangeschieben, nur dass hier ein Einser mit dran steht. Statt, den können wir uns ja bei mir sparen, weil man das in der Mathematik nicht schreiben will. Und wenn man sich jetzt die Lösung anschaut, ist es immer der Schnittpunkt. Denn genau an dieser Stelle, an dieser Stelle werden quasi die beiden Geraden vereinigt. Das heißt, dort gelten sie gleichzeitig. Dort passen sie zusammen. Und damit kann man auch eine Lösung anzeigen. Und eine Lösung ist in dem Fall der Schnittpunkt. Der hat hier die Koordinaten 1,2 und minus 2,2. Das ist eine Lösung von einem linearen Gleichungssystem. Man könnte auch sagen, das sind Koordinaten. Immer wenn quasi zwei Geraden zusammengemischt werden und in ein Gleichungssystem gepackt werden, kommt als Lösung eben nicht mehr eine Zahl raus, sondern zwei Zahlen, ein X und ein Y. Und das ist genau das, was man unter einem Schnittpunkt versteht. Ich kann jetzt theoretisch hier auch die Geraden etwas verändern, je nachdem, was ich mit meinem Achsenabschnitt mache. Dementsprechend ändert sich natürlich auch mein Schnittpunkt. Ich kann das hier verändern und hier verändern. Dementsprechend ändert sich auch meine Lösung. Das heißt, zusammengefasst können wir sagen, die Lösung eines linearen Gleichungssystems ist ein Schnittpunkt. Sie erfüllt beide linearen Gleichungen gleichzeitig. Ich habe jetzt hier nicht nur meine Ausgangsform, sondern schon den Endpunkt. Eure Aufgabe ist es jetzt. Ihr sollt quasi dieses lineare Gleichungssystem nachmachen. Das heißt, ihr schreibt erst mal das, was hier auf der rechten Seite ist, ab. Und dann geht er zu diesem Link hier oben. Dann öffnet sich nämlich genau das, was ihr jetzt vor mir seht. Nämlich das hier mit, oder hinter mir seht, das hier mit den linearen Gleichungen. Beziehungsweise mit den zwei linearen Gleichungen, die man als Graph darstellen kann. Und dann zeichnet ihr bitte zwei dieser Geraden. Ihr könnt ja vorher schon ein bisschen rumspielen. Ihr könnt vorher irgendeine Geradengleichung festlegen. Und dann die in euer Heft bringen mit einem passenden Koordinatensystem. Auf jeden Fall sollte kenntlich sein, dass der Schnittpunkt, euer Schnittpunkt, die Lösung ist. Also das, was hier blau markiert ist, quasi, soll dabei stehen. Das, was grün markiert ist, soll dabei stehen. Das, was rot markiert ist, soll dabei stehen. Und dann natürlich eure Zeichnung. Das zwei lineare Gleichungen. Wenn man sie zusammenfasst, dass die gleichzeitig gelten müssen, dass dann ein Schnittpunkt rauskommt. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.